Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem Vlog, denn heute ist der erste Gamescom Tag und ja wir sind gerade im Hotel angekommen in Leverkusen, wie ich jedes Jahr und ich habe mich gerade fertig gemacht und gleich geht es dann auch schon los zur Gamescom, ja es ist schon kurz nach 11 Uhr, weil ich schon längst da sein, aber wir waren leider noch nicht eher da, deswegen kann ich gleich da hinspringen und ich habe eine lange Hose und polieren und ich habe verlangt, dass ich das bereuen werde, aber ich hoffe einfach mal, dass es aushaltbar ist. Okay Leute, ich fühle mich gerade dezent fahrt, ich bin gerade mit dem Bus gefahren, habe extra gefragt, ob er nach Leverkusen-Mitte fährt, zum Bahnhof, er so, ja, ich steige so ein, dass ich mir jetzt so komplett waren, dass jetzt glaube ich da einfach hin, weil mir das so dumm ist. So Leute, ich bin jetzt mit dem Leverkusen-Mitte gelände angekommen, jetzt kommt er auf der anderen Seite und muss das mal ganz einlaufen, mir ist jetzt schon abzumachen. Okay, abonniert Sarah, sie ist cool und ja, sie ist ein ganz frittes Mädel. Okay Leute, also, wir sind jetzt mittlerweile in Halle 8 angekommen, ich habe mir vorgenommen, jetzt labern, wenn Corona ist, glaub ich, es sieht gut aus. Ja, ich weiß nicht. Okay Leute, ich habe Hunger, deswegen holen wir jetzt überteuerte Pommes. Ich glaube, sie sind gar nicht so teuer, aber ja, okay, wollen wir jetzt essen. Und irgendwie ist gefühlt noch keiner da, die Sonne kriegt nicht rein, ja. Also ich bin ja auf der Gamescom, wir haben jetzt das Bio-Fahrboot getroffen, den Ehrenmann. Wenn die Leute, die es jetzt nicht checken, das war ja eher, der für mich die Sonne gemacht hat, das ist süß. Ja. Check den aus bei mir. Ist so, folgt ihm alle, auf Ehrenbasis. Okay, Jorena und Sarah sehen sich jetzt das erste Mal. Oma ist euch schnell. Oh mein Gott. Kannst du noch was aufsehen, eben? Guck mal, da ist Fabi. Fabi passt super in die Kamera rein. Nein. Wenn ihr kein Bild macht, wird alles besser. Mach jetzt, warte, warte. Das ist ein Video. Das ist ein Video. Das ist ein Video. Oh, wie süß. Jetzt küssen bitte. Ja. Warte. Mach doch jetzt, Mensch. Was doch. Nein. Hey. Hallo. Ach du Scheiße. Spontane Verlose. Irgendfalls jemand auf diesem Server spielt hier. Ein Kurs. Vielleicht habt ihr ja Glück. Er ist noch nicht eingelöst. Good luck, have fun. Oh mein Gott, Jorena. Oh mein Gott, Tina. Oh mein Gott, sie will dich. Oh mein Gott, Leute. Ich hab Jorena getroffen. Oh mein Gott. Hey, wir machen euch gar nichts, was anderes hier außer Bilder machen. Das will keinen, dass ihr labern beim Semi. Seitdem, was ich erzählen soll auf der GameCon, weil man immer das gleiche macht. Also morgen labere ich wahrscheinlich das gleiche im Vlog. Ich bin komplett lost, Alter. Ich weiß nicht, dass Leute von mir wieder machen wollten. Und dann... Ich dachte immer, die kommen alle zu Saro und dann kommen die auf einmal drüben. Oh, ein Foto. Geil. Ist ein Video. Ich trau mich nicht. Ich hab Angst. Und sag. Nein. Müssen wir sie zensieren? Ja. Ich bin finished. Ah, cool. Okay. Ah, danke. Du musst aber noch ein bisschen tiefer halten. Ein bisschen tiefer, tiefer, tiefer. Die Gitter ist grün. Ja, jetzt ist immer aber schöne Bilder. Na, hallo. Ja, ist gut. Da ist der Gensbach. Ich bin der Gensbach. Und ich grüße euch und den Rest der Welt der beiden hier. Ich weiß zwar jetzt grad nicht euren Namen. Aber ich betone trotzdem noch nie den Spaß. Hier in Köln auf der Gensbach. Ja, ha, ha, ha. Echter Gensbach. Ja, ja. Der steht auf Schelzen, glaub ich. Der schwitzt jetzt die Tode. Ist er rein? Hallo. Nehmt der schon auf? Ja. Hast du auch mal das Problem, dass du reagierst? Ja, ich bin gleich mal rein. Ich hab die auch. Die hat ein scheiß Auto geschoben. Hörst du? Hä? Neue? Ist die neue? Äh, von zwei Jahren, genau. Ist die jetzt die X Mark II? Ja. Hallo, Vlog. Hi. War das jetzt alles? Ja, reicht schon. Einfach Engels. Das ist eine Briefbombe. Eine Briefbombe. Ja, super. Ach es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, reinkommen. So, hier sind alle auch. Maros, wer weiter. Roque, Max... Ja. Du musst. Okay, wir sind jetzt beim Ausgang und wir haben jetzt so einen halben Marathonlauf hinter uns. Wir sind absolut fertig. Wir brauchen eigentlich so richtig trinkend mal ein kühles Getränk. Vielleicht kriegen wir eigentlich was. Aber wir gehen jetzt erstmal alle was essen. Und Jurena und die suchen. Und irgendwie haben wir die anderen auf dem Weg hier auch verloren. Ja. Auf jeden Fall. Gehen wir jetzt zum Hauptbahnhof und warten noch auf die anderen mal schauen. Wir essen jetzt was. Wir haben Jurena endlich mal wieder. Leanne und die gehen alle irgendwie woanders hin. Mit den ganzen anderen Leuten. Gina und so. Keine Ahnung. Irgendwie hatte ich nicht so viel Lust. Deswegen war ich zu Jurena, die soll beim Hauptbahnhof bleiben. Nicht einsteigen. Ja. Jetzt merken wir selbst was. Danke schön. Ich weiß, dass ich klein bin. Du kannst. Ich sehe so riesig aus. Eigentlich bin ich voll normal. Du bist einfach nur klein. So übelst klein. Okay Leute. Wir wollen jetzt Bilder machen. Wir schlechten mal hinten rein. Und wir laufen jetzt gerade Richtung Rhein. Und jetzt ist es zwar noch richtig warm. Aber jetzt hier gerade geht das voll. Und die haben schon gefühlt, wir haben eine Welttournee gemacht, um Bilder zu machen. Das sieht doch hässlich aus. Das sieht doch so geil aus. Das ist hässlich. Guck mal. Ich habe sogar ein Instagram und ein Fortnite. Woher hast du diese Pins? Geil. Wir haben gerade mit Tobi Bilder gemacht. Und irgendwie hat es mega viel Spaß gemacht. Weil kein Bild hässlich aussehen kann bei ihnen. Ich weiß nicht, was er mit seiner Kamera macht. Aber es sieht immer geil aus. Ohne Wiss. Leute, ihr wisst mir auf Instagram folgen. Dann seht ihr die Bilder ja. Da kann ich nur die Zeigen kommen. Jurena, wie geht's dir? Gut, ich bin 18. Okay, weiter geht's. Alles gut? Ja, ja, immer. Alles gut, Leute. Was bist du denn für einer? Geil. Wie ist das eine Rolex? Geil. Wie ist das eine Rolex? Kann man machen. So, Leute. Also, kurzes Update. Ich weiß gar nicht, wie sich random kommt. Auf jeden Fall sind wir gerade auf der Gamigo Party. Ist so eine YouTuber Party. Keine Ahnung. An sich schon, weil halt Revi auflegt. Und wenn Revi auflegt kommen halt nur Twitch-Streamer und YouTuber. Ja. Heißt, da ist irgendwie mehr YouTuber als normale Menschen drin. Ja. Und das war letztes Jahr schon so. Da wollten wir da auch gerne hin. Jomaru durch die Gegend schlendern. Ja, auf jeden Fall wollte ich letztes Jahr auch schon da drauf. Aber wir kannten die Party nicht. Dann haben wir uns geworfen und Al-Garlin wieder alles. Und haben uns informiert. Und jetzt sind wir dieses Jahr dafür da. Let's go. Und es gibt drei Bier. Ja. Ähm, Wasser. Es gibt Wasser. Nee, aber das wollen alles, dass es da kostenlose Getränke gibt. Ich sag mal so. Gestern verkaufen. Es gab alles, was fehlt. Echt? Und man kriegt da kostenlose T-Shirts. Oh, gut. Und Passive-Cards. Du hast hier auch Passive-Cards. Ja. So, Leute. Es ist jetzt 2 Uhr. Und mein Zug hat einfach eine Dreiviertelstunde Verspätung. Deswegen bin ich jetzt erst wieder im Hotel. Und ja. Auf jeden Fall war der erste Tag einfach schon übertrieben krass. Und ich habe so viele Leute gesehen. Also vielleicht freuen wir einige auf Insta und haben das ja gesehen. Wie ich alles getroffen habe. Also, keine Ahnung. Mir war es manchmal schon leicht unangenehm noch ein Bild zu fragen. Aber ich dachte jetzt so. Okay. Die Showing ist da. Bekommst du nie wieder. Und ja. Also. Würde ich sagen. Beende ich jetzt mal den Vlog. Ich hoffe euch hat der Vlog gefallen. Ich habe mir sehr viel mehr gegeben. Weil mehr zu labern. Und ich glaube, dass ich euch auch ganz gut hinbekommen. Und dann würde ich sagen. Lasst ein Like da. Für mehr Vlogs. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020